Komm, lass noch was hinten dran sein. Und Bayley, richtig geil da, Mann. Richtig geil. Wir lassen die durchlaufen, Pio, würde ich sagen. Wir lassen die durchlaufen, ne? Wir lassen die durchlaufen, ne? Ja, wir haben aber ein bisschen zu nah drauf, ne? Ja, warum bist du da drauf? Ohhhh! Ah, ich hab's gesagt! Drei Totten! Ich hab's gesagt! Drei Totten! Und noch Kasino! Wenn man Pech hat, hat man halt einfach Pech. Das ist kein Elfmeter! Foul. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er hundertprozentig gefeffelt. Ist so. Wie kommen Sie darauf? Ist so. Und das ist ja schon eine steile These. Ist so. Warum ist das so? Weil es einfach so ist. Das ist einfach so. Jay. Well, the attack fizzled out. Samuel Leto. Well, he keeps going. Ronaldo. This could level it. And it is the equalizer. Oh nein. Ich spiel den Ball nicht. Er spielt den Ball. Wo ist das bitte kein Abseits? Das kannst du doch niemandem erzählen. Hier. Wo ist das denn kein Abseits, Bruder? Wenn du da... Ikone, oder? Hallo mein Liebherr, der Herrscher kommt, es ist ein neues Video. Ronaldo foult den und dann foult der den und dann schießt der den Ball auf der Linie. Oh mein Gott, was ist das für ein Skandalspiel?! Da hab ich wieder den nächsten Clip für FIFA Deutschland! Kuss! Oh mein Gott! Was?! Wir ziehen sogar einen guten! Waran, du safer Kacken ey! Waran ist so gut! So schlecht Waran, ich hasse Waran, ich liebe Waran! Ähm... Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist, der mich in mir am liebsten ist. Für dich ich bin ein Egoist, für dich ich bin ein Egoist, für dich ich bin ein Egoist, für dich ich bin ein Egoist. Ein Egoist, in uns hat's jedem ein geschaut. Stumblezustand... Jetzt ich will den rausgehen... JA-WOLL! U-HU-HU-H U swearlehrerer... HUU-HUR-HUR.... HOOOOHHHHHUH-HU... ihm hätte da irgendeinen roses... Jershin macht die Ecke... Stlege, der macht so gute Ecken... Wir, 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 wir! Was, Digga? Wie def? Hä? Digga? Hä? Runzone! Ich gewin 4 zu 1! 4 zu 1! Ich krieg ein Disconnect! Nein! So, 84 plus Pick geht auf. Oh! Wie Sacker! GG, Digga! Alter, Fede! Oh! Oh! Fucking Sucek und Samaksema. Warum machen wir uns so kaputt für diesen Modus, ey? Wir lassen uns so manipulieren von diesem Game. Wir lassen uns so locken und manipulieren von irgendwelchen Rewards. Die nicht mal 1%, Leute. Die Rewards, die geben nicht mal 1% wieder, was wir an Nerven in diese Weekend League reinstecken. Und wir machen es trotzdem, Leute. Die Rewards sind jeden Tag, jede Woche beschissen. Wir spielen weiter. Die rotzen uns ins Gesicht, bringen Drecks-SPCs. Wir spielen weiter. Die feuern uns Bugs in die Fresse. Wir spielen weiter. Wir sind dumm. Ich hasse das Spiel, ehrlich. Das war ein automatischer Dreckschut. Mega, Pik, Workout. Workout. Icon! Oh mein Gott! Ich bin Econ, ich bin Econ, ich schlöre, Digga. Oh mein Gott! Zeigen, was EA für ein Missgeburtenverein ist, Digga. Wo man mit Eto frei vorm Tor steht, mit Pelé frei vorm Tor steht. Und die einfach die Dinger nicht machen. Und dann der Gegner... Mit einem ehemartigen, Digga vorm Tor steht und der einfach jeden Schuss reinmacht. Ballverlust von Kante. Da kommt das Abspiel auf Suárez. Bugol, Annenicin. Annenicin. Auf jeden Fall, äh... Das kann man schon knippen, weil das fach für seine Mutter. Rui! Rui, Kosta! Rui, Rui, Kosta! Rui! Jawoytski! Wichtiges Ding! Wichtig! Und das ist der Rage... Oha, Workout, Pogchimp. Ach, Schmutz, Digga. Spuck ich drauf. Ja, wahrscheinlich spuck ich drauf, Digga. Ich küsse seine Scheiß... Ich küsse ihn einfach. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Bis zum nächsten Mal.